Heute beim Elektrischen Reporter, Bildergeschichten, brennende Bücher und intelligente Grenzen. Elektrische Reporter Ich habe sie erwartet. Anders als etwa in Belgien oder Frankreich galten Comics hierzulande lange als Schund und nicht als Kulturgenre. Mittlerweile hat sich im Netz eine neue Generation Comicschaffender gebildet, die sich um solcherlei Wertungen überhaupt nicht mehr schert, wie unser erster Beitrag zeigt. Comics aus Deutschland gelten nicht gerade als Exportschlager. Umso erstaunlicher, dass hinter dem Fantasy-Epos The Warm World Saga, das weltweit in 25 Sprachen übersetzt wurde, der Autor und Zeichner Daniel Lieske aus dem Münsterland steckt. Mehr als zwei Millionen Menschen haben seine Graphic Novel bereits gelesen. Online. Die Warm World Saga ist eigentlich als Hobbyprojekt entstanden. Das habe ich neben der Arbeit gemacht, um so ein bisschen meine kreativen Wunschträume auszuleben. Und das Ganze ist dann etwas aus der Kontrolle geraten. Und ich mache es jetzt seit knapp zwei Jahren Vollzeit eigentlich. Auf der Warm Hall Website gibt es weder Bezahlschranken noch Werbung. Vollkommen ungestört kann sich der Leser durch alle Kapitel der komplexen Geschichte scrollen. Geld verdient Daniel Lieske über einen Webshop mit Fanartikeln, mit kostenpflichtigen Apps für Smartphones und Tablets und mit einer Buchversion. Lieskes Erfolgsgeheimnis? Er hört seinen Fans zu und er nimmt ihre Meinung ernst. Also das Feedback und auch die tatkräftige Mithilfe, die ich von den Fans im Internet erhalte, das ist eigentlich einer der Aspekte, die mich am meisten überwältigt haben. Es fing damit an, dass ich beträchtliche Beträge an Spenden erhalten hatte, ganz am Anfang. Und sehr schnell haben sich auch Fans gemeldet, die mithelfen wollten, die Warm World Saga in andere Sprachen zu übersetzen. Seine Offenheit für Anregungen aus der Community hat sich für Daniel ausgezahlt. Aus dem angestellten Computergrafiker wurde einer der erfolgreichsten Webcomic-Autoren Europas. Für den Kulturwissenschaftler Thomas Becker ist genau diese direkte Kommunikation, wie sie Daniel praktiziert, der große Vorteil des Mediums Webcomic. Weil jetzt die Zugänglichkeit zum Comic und die Kommunikabilität viel höher ist und in Folge dessen auch Independent-Akteure zusammen auftreten können, etwas mit sich machen können, was in den 60er Jahren noch viel schwieriger war, nämlich ihr eigenes Wissen zu vermitteln. Das ist extrem wichtig für Independent-Comics und damit auch die Qualität des Comics zu erhöhen. Da kann Internet, kann jedenfalls, wenn es sich vom Massenmarkt distanziert, völlig neue Qualitäten hervorbringen, definitiv. Am Massenmarkt hat Uli Lust mit ihrem Online-Verlag Electro-Comics sogar kein Interesse. Neben eigenen Werken finden Comic-Fans hier zum Beispiel internationale Kleinserien aus Skandinavien oder Frankreich, oft zum ersten Mal in englischer Sprache. Geld verdienen kann man so natürlich nicht. Aber darum geht es Uli auch gar nicht. Comic-Zeichnen ist ein sehr einsamer Job. Man sitzt da ständig allein an seinem Zeichentisch. Und da ist dieses Projekt für mich ein Netzwerkprojekt mit den anderen Künstlern. Und ich habe immer einen Grund, mir anzuschauen, was die anderen Kollegen machen und mit ihnen zu reden über ihre Inhalte und ihre Arbeiten. Oder auch, was die jungen Zeichner machen und dann neue Talente zu entdecken. Für die preisgekrönte Autorin ist Electro-Comics also nicht zuletzt ein Projekt, für das sie sich ständig mit den kreativen Ideen neuer Autoren auseinandersetzen kann. Mit Hilfe des Internets ist es dann für sie ein leichtes, die Bildergeschichten international zu verbreiten. Und genau so einfach sind die Comics für ihr Publikum am Computer zu lesen. Meine Güte, der Bildschirm ist ja nun mal ein Bildmedium und der Comic ist auch ein Bildmedium. Und ich mag, wie die Farben leuchten im Bildschirm. Das Klicken ist einfach... Es eignet sich einfach gut. Ullis eigene Geschichten sind weniger bunt und in ihrer Darstellung oft sehr drastisch. Unter dem Titel Kinder im Krieg hat sie zum Beispiel Erinnerungen Berliner Schüler aus dem Jahr 1945 illustriert. Oder das Grauen afrikanischer Bürgerkriege nach Mitteleuropa verlegt. Gerade bei solchen, eher sperrigen Werken, zeigt sich für Uli ein weiterer Vorteil des Web-Comics. Und das andere ist eine Geschichte über Kindersoldaten in Uganda. Und das wurde nur in so einer kleinen englischen Anthologie gedruckt. Und da ist es ein bisschen schade, wenn diese Geschichten, diese Comics verschwinden. Und da ist Electro-Comics ein gutes Medium, um das verfügbar zu halten. Im Gegensatz zum Comic-Laden um die Ecke, mit seinem begrenzten Platzangebot, muss das Internet eben nicht zwischen Bestsellern und Nischengeschichten unterscheiden. Egal, ob man lieber Fantasy-Bilder-Geschichten oder anspruchsvolle Autoren-Graphic-Novels liest, für Comic-Fans sind Web-Comics der Zugang zu einem beinahe unendlich großen Comic-Laden. Kommen wir nun vom Gezeichneten zum Gedruckten. Papier ist nicht nur geduldig, sondern auch leicht brennbar, was bisweilen zu mittleren Katastrophen führt. Und um eine eben solche geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Jörg Sundermeyer, ich bin 43 Jahre alt, ich bin Journalist und leite den Verbrecher Verlag in Berlin. Wir haben eine Verlagsauslieferung, das ist ein Dienstleister, der für uns eben die Bücher zu den Kunden bringt. In einer Halle dieses Dienstleisters gab es einen sehr großen Brand. Bei diesem Brand sind mindestens 25.000 unserer Bücher verbrannt, höchstens 40.000. Die Polizei hat die Brandursache noch nicht endgültig festgestellt. Sie geht davon aus, dass es ein technischer Defekt war, möchte aber Brandstiftung auch nicht endgültig ausschließen. Es gibt eine Versicherung, von dieser Versicherungssumme kann man aber einige der Bücher nicht nachdrucken, einige werde ich auch nicht nachdrucken. Es entscheidet sich nach dem Bedarf. Wir versuchen immer den Bedarf zu ermessen, den es für ein Buch noch gibt. Dennoch ist es nicht schön, Autorinnen und Autoren anrufen zu müssen und sagen zu müssen, das und das Buch ist nicht mehr lieferbar von dir, denn es ist komplett verbrannt. In allen Büchern oder in den allermeisten Büchern klebt ja nun mal auch Herzblut. Und das ist in langer Zeit entstanden und das wird auch gar nicht in der Weise angemessen bezahlt. Also dass dann diese Bücher nicht mehr vorhanden sind, das ist schon wirklich tragisch. Das kann man gar nicht anders formulieren. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, irgendwann vergeht ein blaues Auge. Und es ist viel schlimmer letztendlich für die Autorinnen und Autoren als für uns. Autoren haben sich nicht abgewandt von unserem Verlag. Deswegen, sie wissen ja auch, dass das eben ein schlimmer, schrecklicher Zufall ist. Wir haben gesagt, E-Books machen wir in jedem Fall. Das hat viele Autorinnen und Autoren sehr beruhigt. Ich finde E-Books eine gute Entwicklung. Das ist so, E-Books können auf jeden Fall auch dicke Schmöker sein und das funktioniert auch. Aber gleichzeitig hat ein Lesegerät noch nicht diese wunderbare Haptik von einem Leinenbuch. Ich glaube, das existiert nebeneinander. Also was mich gerade sehr interessiert und was sicherlich das ist, was die Zukunft sein wird, das sind Möglichkeiten, das E-Book nochmal zu zerlegen. Das wird aber eher das E-Book der Zukunft sein, die wirklich sich noch viel mehr auf dieses andere Medium einlassen, die viel mehr mit Verlinkungen arbeiten, die viel stärker damit arbeiten. Du kannst auch in mir die Kapitel verschieben und ich bin dann ein neues Buch. Ich kann mich da zusammensetzen. Es gibt noch ganz viele Möglichkeiten und technische Möglichkeiten, die zum Teil schon da sind, aber noch nicht genutzt werden. Apropos technische Möglichkeiten, die noch nicht genutzt werden. Woran die Alten sich noch gut erinnern, sind innereuropäische Grenzkontrollen. Schlagbäume, Kofferrauminspektionen und Ausweiskontrollen. So etwas gibt es auch heute noch und zwar an den Außengrenzen der Europäischen Union. Und die sollen bald intelligent werden, wie unser nächster Beitrag zeigt. Die Europäische Union ist ein begehrtes Ziel. Urlauber, Geschäftsreisende, Studenten, Flüchtlinge oder Einwanderer. Die Zahl der Menschen, die in die Europäische Union kommen, wächst kontinuierlich. Wer kein Bürger der EU ist, muss Geduld mitbringen. Ob an den Außengrenzen, in Häfen oder auf internationalen Flughäfen, Schlange stehen und zeitaufwendige Kontrollen sind die Regel. Im Informationszeitalter sei das nicht mehr zeitgemäß, sagt Herbert Reul, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Wie kriegt man hin, mit Hilfe von Technologie, diesen mühsamen handwerklichen Prozess, Pass zeigen, Pass abstempeln, anstellen, lange Schlangen, wie man das auffangen kann, durch eine intelligente Technologie. Bis zum Jahr 2030 werden die Grenzübertritte von derzeit 450 auf jährlich 700 Millionen ansteigen, schätzt die Europäische Union. Einreisen von Drittstaatlern sollen um 80 Prozent ansteigen. Diesen Menschenmassen will die EU mit Hightech begegnen. Smart Borders heißt der Plan, mit dem die Europäische Union ihre Grenzen intelligent machen will. Das Vorhaben besteht hauptsächlich aus zwei Maßnahmen. Zum einen soll ein Programm für vorab registrierte Reisende diesen die Ein- und Ausreise im Schengen-Raum erleichtern. Reisende dieser Kategorie erhalten zu diesem Zweck einen Funkschip. In Verbindung mit einem elektronischen Reisepass soll es dann möglich sein, an vollautomatisierten Gates ohne weitere Kontrollen die EU-Grenzen zu passieren. Zum anderen sollen die Daten aller anderen Nicht-EU-Bürger vom sogenannten Einreise-Ausreisesystem, kurz EES, erfasst und gespeichert werden. Das soll helfen, Visamissbrauch aufzudecken und zu vermeiden. Das sind zwei unterschiedliche Aufgaben. Einmal Beschleunigung und zweitens auch ein Stück Strafverfolgung oder Sicherung von Problemen. Die grüne Europaabgeordnete Ska Keller hat gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung eine Studie zu den sogenannten intelligenten Grenzen erarbeitet. Sie sieht das Vorhaben kritisch. Dieses Programm für registrierte Reisende wird nur einen kleinen Prozentsatz der Reisenden überhaupt betreffen. Also vor allem Geschäftsreisende, Menschen, die oft in die EU reinkommen, Angehörige von EU-Bürgerinnen und Bürgern. Während sich Schätzungen zufolge nur rund fünf Millionen Reisende pro Jahr vorab registrieren lassen werden, als eine Art Reiseelite, wird das EES die Daten der großen Massen erfassen. Gespeichert werden neben Informationen zu Visa-Details und Herkunft auch biometrische Daten, wie etwa das Passfoto und alle zehn Fingerabdrücke. Diese Formalitäten zur Datenerfassung verlängern einen Grenzübertritt naturgemäß. Die Schlangen an den Außengrenzen der EU dürften in Zukunft also nicht, wie geplant, kürzer, sondern länger werden. Für Datenschützer ist das EES obendrein ein Albtraum. Es ist ein massiver Eingriff in die Datenschutzrechte von Menschen, wenn man ihre Fingerabdrücke nimmt, wenn man ihre Ein- und Ausreisedaten speichert. Die Daten, die das EES produziert, werden zentralisiert gespeichert. Das sind Profile von mehr als einer halbe Milliarde Menschen jährlich. Solche Datenmengen wecken Begehrlichkeiten. Dass diese Informationsberge nicht nur dabei helfen sollen, Menschen ausfindig zu machen, die länger als erlaubt in der EU bleiben, ist bereits vorgesehen. Wir diskutieren im Moment die Frage, inwieweit auch Strafverfolgungsbehörden Zugang haben können und sollen und unter welchen Auflagen. Fingerabdrücke von Tatorten könnten dann zum Beispiel mit den gespeicherten Fingerabdruckdaten von Reisenden verglichen werden. So soll es einfacher werden, straffällig gewordene Nicht-EU-Bürger zu identifizieren. Diesen Zugriff durch Strafverfolgungsbehörden findet Ska Keller nicht nur datenschutzrechtlich bedenklich. Dazu kommt noch, dass es natürlich auch menschenrechtlich ein großes Problem ist, wenn man sagt, alle Ausländerinnen und Ausländer sind automatisch in einer Kategorie mit Straftätern. Wir finden sie verdächtig, wir müssen sie überwachen und wir gucken bei Verbrechen, ob sie Verbrechen begangen haben, ohne dafür einen Indiz zu haben überhaupt. Kritiker weisen darauf hin, dass keine überzeugende Statistik existiere, die belegt, dass Angehörige von Drittstaaten im Schengen-Raum mehr Verbrechen begehen als EU-Bürger. Somit sei die biometrische Erfassung nicht nur menschenrechtlich bedenklich, sondern obendrein völlig sinnlos. Das Smart Borders-Projekt sorgt so bereits lange vor seiner Umsetzung für Aufregung. Trotz aller Bedenken, bis 2018 sollen bereits 1800 Grenzübergänge umgerüstet werden. Das Unbegrenzte muss das Begrenzte einschließen. David Bohm. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr Elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter – Vielen Dank.